Liebe Zuschauer, es ist wieder Mittwoch und damit Zeit für eine neue Folge der OZ News. Herzlich willkommen. Im Fall der 22-jährigen Jägerin, die sich vor dem Amtsgericht Quedlinburg in Sachsen-Anhalt wegen fahrlässiger Tötung verantworten musste, gibt es nun ein Urteil. Im Oktober 2017 wurde ein Jäger bei einer Drückjagd tödlich getroffen. Die junge Weidfrau wurde in der Folge verdächtigt, den tödlichen Schuss abgegeben zu haben. Ein Sachverständiger konnte jedoch nicht zweifelsfrei nachweisen, dass der Schuss von der Jägerin abgegeben wurde. Das Gericht urteilte daraufhin mit Freispruch. Und nun ein Update zur ASP. Nachdem die letzten Fälle nur rund 40 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt aufgetreten sind, rüstet sich Brandenburg intensiv für einen möglichen Ausbruch der Seuche. Die Landesregierung hat nun in sieben Landkreisen und zwei Städten in Grenznähe eine flächendeckende Bejagung des Schwarzwildes angeordnet. Bislang wurde die Jagd auf Schwarzkittel zwar mit einer Prämie von 50 Euro pro Stück belohnt, sie war aber freiwillig. Nun ist sie erstmals Pflicht. Während die einen versuchen, sich durch stärkere Bejagung zu rüsten, schotten sich andere ab. Erst kürzlich wurde der ASP-Schutzzaun an der deutsch-dänischen Grenze in Schleswig-Holstein fertiggestellt. Nun erreichen uns vermehrt Berichte und Bilder von Wildtieren, die sich an dem Zaun verletzen. Vor allem Rotwild versucht beim Belaufen ihrer üblichen Wechsel, die Barriere zu überspringen. Dies endet aber oft darin, dass sich die Stücke mit ihren Läufen in dem Stahlgeflecht verfangen und sich schwere Verletzungen zufügen. Sie verenden dann entweder qualvoll oder müssen von den Jägern erlöst werden. Der Schutz vor der ASP kommt hier zu einem hohen Preis. In der Gemeinde Stahnsdorf in Brandenburg hat der Bürgermeister nun erneut Bogenjagd auf Sauen gefordert. Bereits im Juni diesen Jahres stand dieser Vorschlag kurz vor der Umsetzung, nachdem immer wieder Rotten von Sauen im Ortskern für Chaos gesorgt hatten. Eine bereits erteilte Genehmigung wurde damals aber in letzter Sekunde zurückgezogen. Nachdem kürzlich eine Hündin bei einer Konfrontation mit Schwarzwild ums Leben kam, entflammt die Diskussion über innerörtliche Bogenjagd erneut. Bürgermeister Albert sehe in dieser Jagd ein geeignetes Mittel, die Wildschweine aus dem Ortskern zu entfernen, berichtet die Märkische Allgemeine Zeitung. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, möchte er nun persönlich beim Landwirtschaftsminister vorsprechen. Ein Jagdhund hat sich bei einer Gesellschaftsjagd bei Neuwied in Rheinland-Pfalz mit der ojetzkischen Krankheit infiziert. Wie das Veterinäramt mitteilte, zeigte der Hund einige Tage nach dem Kontakt mit dem infizierten Wildschwein deutliche Symptome für Ojetzki, insbesondere intensiven Juckreiz am Kopfbereich. Er musste eingeschläfert werden. Das waren wieder die wichtigsten Meldungen der vergangenen Woche. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder nächste Woche. Bis dahin, Weidmannsheil!